So, willkommen zu einer kleinen Spontan-Info-Folge Pokémon GO, denn wir haben letztens ja schon irgendwo in den Datamines gefunden, dass wohl Pandifrost, also Galapandimos und die Entwicklung Pandifrost bald ins Spiel kommt. Und jetzt ist ein Event angekündigt, am 18. Dezember, heute ist der 11., müsste also, wann ist denn das nächstes Wochenende? Am 18. Dezember 10 Uhr bis 21. Dezember 10 Uhr, ich glaube das ist wahrscheinlich wieder Freitag, Freitag 10 Uhr oder so wird es losgehen, also dieses Wochenende Seed Day, dann plötzlich kommt Regi-Rock, nächstes Wochenende dann also Regi-Stil. Und Galapandimos und Pandifrost und also Pokémon wie Rosana, Quiegel, Spoink, Flecknoil, Petsneef und mehr werden häufiger von Rauch angezogen, Rauch ist effektiver und hält auch wieder 3 Stunden an, so wie jetzt also mit dem Felino, ist ja auch 3 Stunden und überall Felino rumsitzend, da sind es mehrere Pokémon, aber auch wieder ein neues Shiny und zwar Shiny Petsneef wird veröffentlicht, dieser kleine verrotzte Bär. Galapandimos, Shiny Petsneef, Pandifrost, da habe ich ja schon wieder ein Pokémon, was mir dann im Lucky Dex fehlt, nämlich das Pandifrost müsste exklusiv im Galadex erscheinen, während Galapandimos natürlich als normales Pandimos wahrscheinlich zählt in der Entwicklung, also im Dex. Und es wird eine Spezialforschung geben, Niantic haut die Kauftickets mittlerweile raus für ca. 8 Euro, also 7,99 Euro. Jetzt haben einige schon gefragt, dieses Kando-Event, kaufst du, kaufst du nicht, soll man das kaufen, lohnt sich das? Ich möchte immer Content bieten, das heißt, ich kaufe sowieso alles, ich möchte, dass mir nichts entgeht. Was ich da jetzt cool finde, es wird auch eine Medaille geben. Ja, was genau aber in dieser Spezialforschung noch ist, über ein Ticket kann man eine zusätzliche Spezialforschung mit mehr Content bekommen. Entschuldigung. Galapandimos lässt sich erstmals fangen und in seiner Entwicklung Pandifrost entwickeln. Ja, heißt das, also ohne das Ticket kriegt man gar keinen, das ist ja wie, wie hat Spieletrend in seinem Video geschrieben, man kann sich Shiny Mew für 13 Euro kaufen, ja. Und jetzt ist es so, ihr könnt euch für 8 Euro Pandifrost kaufen, denn das Event ist das Event. Aber die Spezialforschung mit dem Ticket, vielleicht ist die Spezialforschung aber auch für alle und das Ticket, über das Ticket ist eben nicht mehr bekannt. Keine Ahnung, weil oben fängt es an mit Ticket, dann denkt man, das gehört alles zum Ticket, aber das wird ohne das Ticket sein, nur Spezialforschung. Es ist wieder mal sehr verwirrend, man weiß nicht, was zählt wo dazu und alles, aber es gibt eine Medaille für das Event, die darf ja dann eigentlich nur mit Ticket zählen. Also müsste der Text ja trotzdem auf alles, was mit dem Ticket zu tun hat, zurückzuführen sein. Also heißt es doch, Galapandimos nur mit Ticket? Pandifrost nur mit Ticket? Medaille mit Ticket? Okay, das ergibt Sinn. In der Spezialforschung begegnet man Pokémon wie Alola, Wulpix, Pummeluf, Rosana, Flurmel, Palimpalim, Schnäppke. Außerdem erhält man eine Pose für den Avatar, die an Galapandimos erinnert. So eine Pose, gegen Geld, okay, trifft alles zu. Also ich denke wirklich, dass das nur mit dem Ticket alles zu bekommen ist. Als Items in der Spezialforschung gibt es dreimal Rauch, drei Sonderbonbons, 30 Hyperbälle, drei Premium-Kampfpässe, einen Knursp, zwei Gletscher-Lockmodule, drei Super-Brutmaschinen, drei Sternstücke. Items sind jetzt nicht so krass, Knusp finde ich ganz cool. In Feldforschungen warten Rosana, Labras, Flecknoil und Petsneef. Petsneef, Shiny, Labras, cooles Pokémon. Die Spezialforschung erhält man beim Öffnen der App zwischen Samstag, dem 19. Dezember, 10 Uhr bis Sonntag, Samstag der 19. Wann geht es los? Am 18. Also doch. Der 18. ist also Freitag. Freitag, 18 Uhr geht das Event los und ab Samstag gibt es dann also diese Spezialforschung. Das Ticket kostet ungefähr 8 Euro. Wie gesagt 7,99. Wie sieht es aus? Habt ihr Bock? Habt ihr keinen Bock? Werdet ihr euch das Ticket kaufen? Werdet ihr euch das Ticket nicht kaufen? Ich meine, ich habe ja gesagt, ich kaufe alles und so. Drei Stunden Rauch im Event, Shiny Petsneef im Event. Ansonsten ist das alles. Also ihr könnt am Wochenende Shiny Petsneef jagen und euren Rauch nutzen. Wenn ihr kauft, könnt ihr aber diese Spezialforschung nutzen, kriegt noch mehr Inhalt, noch mehr coole Pokémon. Ihr kriegt eine Medaille, ihr kriegt eine Pose, ihr kriegt Galapandimos und Pandifrost. Das ist, ich meine bei Shiny, bei Shiny Mew kann ich es vielleicht verstehen, das mit einem Ticket in der Spezialforschung als besonderes groß rauszubringen. Aber 8 Euro für ein Galapandimos. Ein Shiny Mew für 13 Euro, aber ein Galapandimos für 8 Euro. Finde ich schon etwas dreist, wenn das wirklich so ist. Oder verstehe ich es falsch? Wie versteht ihr das? Schreibt es mal drunter. Was haltet ihr davon? Werdet ihr euch es kaufen? Ich kaufe es mir. Ihr vielleicht auch. Manche, manche sagen, nö, brauche ich nicht. Ich tausche mir das irgendwann. Wenn man mehrere bekommt, dann kann man ja sagen, okay, ich kaufe das Ticket, ich sammle 8, jeder gibt mir 1 Euro und dann gebe ich jedem eins ab und schon hat man nur 1 Euro bezahlt für das Ticket. Das ist auf jeden Fall voll die Geschäftsidee. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Ich gehe schnell hier raus, lade es noch ganz fix hoch und morgen Seed Day, eben Stream. Also man kommt überhaupt nicht hinterher. Ein Event nach dem anderen. Montag ist doch schon wieder das mit Chinese Celebi, oder? Das hat auch gar keiner mehr auf dem Schirm, dass Chinese Celebi noch kommen soll, weil alle jetzt die Regis auf dem Schirm haben, weil alle auf Weihnachten warten, weil jetzt alle das hier wiedersehen und Seed Days und... Versteht ihr? Also es ist schön, es wird nie langweilig, aber es ist manchmal einfach nur Stress, überhaupt noch durchzublicken. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.